Gedanke 5. Sicherheit und Datenschutz in digitalen Pressemappen In einer Zeit, in der Datensicherheit und Datenschutz von größter Bedeutung sind, muss besondere Aufmerksamkeit auf die Sicherheitsaspekte digitaler Pressemappen gelegt werden. Es ist entscheidend, dass vertrauliche Informationen geschützt und nur den richtigen Zielgruppen zugänglich gemacht werden. Verschlüsselung und sichere Datenübertragung Digitale Pressemappen sollten durch starke Verschlüsselungstechnologien geschützt sein, um die Sicherheit der übertragenen Daten zu gewährleisten. Dies schützt vor unautorisiertem Zugriff und gewährleistet, dass nur berechtigte Personen Zugang zu sensiblen Informationen haben. Beispiel Ein Finanzunternehmen implementiert End-to-End-Verschlüsselung für seine digitalen Pressemappen, die über finanzielle Ergebnisse berichten. Dies stellt sicher, dass die Informationen während der Übertragung und im Ruhezustand vor externen Bedrohungen geschützt sind. Zugriffskontrolle und Authentifizierungsprotokolle Effektive Zugriffskontrollsysteme sind entscheidend, um zu steuern, wer Zugriff auf die digitale Pressemappe hat. Authentifizierungsprotokolle wie Zwei-Faktor-Authentifizierung können zusätzliche Sicherheitsebenen hinzufügen. Beispiel Ein Pharmazieunternehmen verwendet Authentifizierungsverfahren, um sicherzustellen, dass nur geprüfte Gesundheitsfachkräfte und Journalisten Zugang zu neuen klinischen Studienergebnissen erhalten. Datenschutzkonformität Digitale Pressemappen müssen nicht nur sicher, sondern auch konform mit internationalen Datenschutzgesetzen wie der GDPR sein. Dies beinhaltet die sichere Handhabung personenbezogener Daten und die Einhaltung der Bestimmungen zur Datenverarbeitung. Beispiel Die Sicherheit und der Datenschutz von digitalen Pressemappen sind fundamentale Aspekte, die nicht vernachlässigt werden dürfen. Durch die Implementierung fortschrittlicher Sicherheitsmaßnahmen und die Beachtung gesetzlicher Datenschutzbestimmungen können Organisationen das Vertrauen ihrer Geschäftspartner stärken und die Integrität ihrer Kommunikation sichern.